Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir hatten ja zum letzten die Pleiaden, damit geht es weiter. Aber die Pleiaden haben immer noch etwas ganz besonderes an sich, weil wir jetzt die Bedeckung durch den Mond besprechen. Dies geschieht alle 18,6 Jahre über einen längeren Zeitraum. Die letzte Serie war von 2005 bis 2009. Da sieht man eine Grafik vom 7. August 2007, die Bedeckung der Pleiaden durch den Mond. Und hier hatten wir vom 23. Februar 2007. Aber wir haben noch einen anderen Sternhaufen-Sternbildstier, das sind die Hyaden. Und die Pleiaden und die Hyaden, siehe Bild, das sind die Hyaden, die abgebildet sind, bilden das sogenannte Goldene Torte Ekliptik. Pleiaden heißt das Siebengestirn. Und die Hyaden ist das Regengestirn. Aus den griechischen Hyaden regnen lassen. Dazu kommt auch noch ein Video. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen. Das war das nächste Mal. Tschüss.